Und damit heiße ich euch herzlichst willkommen zurück zu einer Runde Battlegrounds. Ich gucke nicht mehr, ich gucke einfach nicht mehr, scheißegal. Es wird sowieso immer nicht gerendert. Eben auch, Villa runtergegangen, ach keiner da, geil. Ich mache die Tür auf und er hat die doppelläufige Hand. Wollte ich jetzt irgendwas zocken? Eine Ahnung, was er dabei gedacht hat. Ob ich ihm folge oder was, aber er hat mir noch ein Mittel gegeben. Wow. High Loot. Naja, wenigstens Grundausstattung Defense. Achso. Das ist echt ganz schön, bitte. Dein Ernst jetzt? Water sucked eh. Well done. Jetzt ist mir gerade erzählt, hier ist keiner reingegangen. Wow, Licks. Händen wir da schon? Achso, ich habe kein Scope auf meiner... Auf der K. Ich war ziemlich skeptisch, weil hier vorne kein Loot ist. Ist das, was ich meine? Da lag eine Pfanne, ja. Oh, schön. Ich habe das Scope nicht mitgenommen. Ich habe ein Problem mit dem Video für den Kehenschen. Denn ich kann das bei mir vorstellen. Also ich mache das Schiff, ich kreier. Ich mache das Schiff mit dem Kinksen. Aber ich kann die Kinkseisen guttrennen. Dies scheint der Urz zu sein, der hinter dem Tower war. Das wäre ein idealer Schuss gewesen, super easy, fuck, auch mit Iron Sight, der ist einfach gerade ausgefahren, ich hätte einfach nur auf die Fahrerkabine ziehen müssen. Ich schau mal ganz kurz hier vorne, ob irgendwo ein Auto ist, was ideal wäre zum Becampen. What? Du mich auch. Oh, manche Leute, ne? Hattet ihr gedacht, ich bin taub oder was? Natürlich weiß ich, dass du... Hä? Why? Manche Leute, ne? Weiß nicht, natürlich war es D-Sink-Aff-Fuck, aber sagen wir mal realistisch, ne? Wer sich da hinhockt zum Campen, Leute, ja? Aber wollen wir da nicht weiter drüber reden. So, hast du noch irgendwas interessantes für mich? Ein Red Dot. Ja, nehmen wir mit. Dich lasse ich auch noch hier, dich lasse ich hier, dich lasse ich hier und dich nehme ich mit. Abfahrt. Habe ich dich nachgeladen? Ja. Ja, wo muss ich denn hin? Ja, wir gehen mal so tendenziell Richtung diese Brücke. Bitte was? Da hinten rum noch Leute rum. Interessant. Ich glaube, ich sehe da vorne einen Urz. Ja. Den nehmen wir. Doch, gerne. Ah, T3-Helm ist schon mal schön. T3-Helm ist was feines. Ach, das kommt auch. Äh, ich konnte das nicht fassen, als ich den da gesehen habe. Ich... Ne, ist das ein Teil... Hey. Das kann doch kein Spieler sein. Der, der... Was? Also der hinter der Tür. Das war seltsam. Das wollte mir nicht so in den Kopf. Weil ich nicht verstanden habe, warum man sich da hinsetzt. Ja. Ah. Die Position war so seltsam. Aber... Weil ich das nicht mehr gewöhnt bin, versteht ihr? Ähm, der saß halt dahinter, hinter der Tür. Und hat Third Person die Kamera reingedreht. So, dass er in die Tür gucken konnte. Kurz zu check. 40 Schuss Automatik. Alles klar. Wir werden natürlich ganz kurz anhalten. Den nach vorne, den werden wir überfahren hier. Was? 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 Oh, ich dachte kurz, da drüben steht einer. Oh, da kommt noch einer. Der Typ. Nee. Aber coole Klamotte, alter. Ah, was hast du denn noch so? Hast du meinen Helm beschädigt? Nein. Weste? Nein. Du hast aber die gelbe Jacke an. Die ist gerade irgendwie voll trendy. Die. Warte, nee. Du leuchtest damit. Äh, ja. Ja. Nein, nein, nein. Habe ich schon. Danke. Nehme ich mit. Ja, nehme ich auch mit. So. Jetzt noch mal ganz kurzer Check. Das kommt hier noch mit ran. Das geht weg. Alles klar. Wow. Das, das, das. Okay. Könntest du bitte... Wow, was war das denn? Seht ihr, was ich meine, ne? Kurzer Check. 40 Schuss. Alles auf Automatik. Was meint ihr damit? Wow, wow, wow. Bisschen rechts rüber. Ja, ja. Was mean doch Nein. Was den eigentlich gemacht ist, Da-da-da-da-da Bis hinter die Lagerhalle müssen wir an einer Minute 40 Ich überlege nur gerade Eine halbwegs anständige Pose, wo wir uns hinstellen können Wo man uns nicht einfach wegsnippert Ich nehme erstmal den Berg hier vorne ein Ich hoffe, dieser Mikro-Rückler war jetzt nichts Schlimmeres Okay Okay Jo, meinetwegen auch ein Drop. Dann kommen da ein paar Leute hin. Zeig was. Wo willst du hin? Okay. Dorresheim? Dorresheim. Was war das denn für eine Aktion? Habe ich nicht verstanden. Ich glaube, ich habe ihm seinen T3 Helm. Aber deutlichst kaputt geschossen. Ich weiß nicht, was er vorhat. Durchatmen. Sonny. Oder? Das ist safe. Oh, das. War das jetzt der Typ oder kam er einfach nur aus dem Bergbau Ich dachte der Typ aus dem Auto hätte einen T3 Helm, der Server war aber auch echt nicht auf meiner Seite, ne? Ach, das ist ein Stein. Boah, leck mich Schmetterling, ey. Kurz ein Mapcheck. Hier ist ein neuer. Kann er gewesen sein, ne? Er hatte auch keinen Suppressor, also wenn es der da vom Stein war. Wollte der mich echt so großzügig zirkeln, was ja jetzt keine schlechte Idee ist, aber hat dann die Zeit vergessen. Der Server-Lag, ne? Dieses nach vorne gesprinte von der Karre, weil das Auto hinterher gezogen wird. Wow. Muss da eigentlich echt mal unten auf die Geschwindigkeitsanzeige gucken. Von 0 auf 100 in einer Sekunde oder so. Ich weiß, hinter mir sind Häuser. Und von da. Na komm, loot ihn. Unglaublich. Ich hatte keine Kugel mehr. Also ich hätte nachladen müssen. Okay. Los geht's. Ich hoffe, ich habe noch genug Sprit. Noch ein bisschen haben wir noch. Achso, nur ein Flugzeug. So ein bisschen durch die Büsche fahren, ne? Oh. 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 Gen Dylan hat man her. Wo ist sein scheiß Schädel? Alter, der Typ in seiner T3-Wester, ne? Um verfickten T3-Helm hat der auch noch auf. Ich bin eingekesselt, das ist echt scheiße. Also der da drüben, der hat Glück seines Lebens, ne? Also ohne Scheiß. T3-Weste, T3-Helm und will einfach nicht sterben. Jetzt ist Feierabend, Typ Wichser. Dieses hohe Gras, ne? Manchmal... Okay. Okay. Hi. Was? Oh, ich dachte gerade schon, wie hätte ich mir irgendwo gehen gefahren. Ist unglaublich, ne? Das war schon wieder der Typ. Ich will nach oben. Anscheinend da unten im Haus. Hier ist auf jeden Fall auch einer drin. Ah, Mist. Schön gepusht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, kein Wunder, dass ich ihn nicht gesehen habe. Habt ihr den Leck gesehen? Na gut, na gut, na gut. Man kann nicht immer gewinnen. Also das war bitter. Ich habe nur kurz seinen Kopf gesehen. Wollte switchen, aber... Weil ich hätte ihn nicht töten können. Er hatte einen T3-Helm auf. Wie irgendwie jeder in dieser Runde. Schade. Nur 16. Aber ich denke, es war eine ganz, ganz, ganz nette Runde. Ja, hier rum auf den Berg zu gehen, ich weiß nicht. Ich... Ich habe halt so überlegt, ja. Interessant, der hat mein Auto genommen, dass es da noch steht. Ähm. Ja. Ja. Ja, was soll ich da sagen? Ist ein bisschen schade. Ist ein bitteres Ende. Ist ein bitteres Ende. Dass der Typ da überlebt hat. Ey, der muss eine ganze Apotheke in der Tasche gehabt haben. Hä? Scheint doch wer anders zu sein, weil er hier läuft gerade. Egal. Naja, so geht es manchmal. UMP ist halt immer noch sehr, sehr stark. Wir hatten halt nur eine T2-Wessel und einen T3-Helm auf. Fünf-Treffer-Feierabend. Ich hätte, ja, weiter so rumzirkeln sollen, wie ich zuerst gelaufen bin. Aber, als ich ihn nicht gesehen habe. Aber ich dachte halt wirklich, er steht noch drüben am Baum. Kann halt wirklich sein, der Server läuft halt gerade echt nicht so schön. Hätte einfach sein können, dass er sich drüber teleportiert hat. Wer weiß. Schade. Aber egal. War eine schöne Runde. Sieben Kills. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Ich hätte euch gerne das Chicken Dinner gezeigt. Das ist es. Ärgerlich. Aber, naja. So wie wir spielen, ist Chicken Dinner relativ schwierig. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.